Du hast erreicht in deinem Leben, oder? Ich weiß es nicht. Ranger Rewards. Natürlich. Echt? Denk mal. Hallo, wer kann schon behaupten, dass der Challenger in 3 gegen 3 ist? Das kann er gar nicht starten, weil Philipp, der Boss ist. Gibt's da? Warte, das muss ich. Warte, klar. Philipp zieht es wirklich stürm. Der kündigt seine Uni, um in 3 gegen 3 Challenger zu werden. Und dann wird dein Streamen publik, alter. Und dann, weil alle 3 gegen 3 Challenger werden wollen, verkacken wir uns, werden wir der Kacke. Ich schau grad in der Ranked-Liste von Flex 3 gegen 3 und da ist halt niemand drin. Wer sollst du Ersten sein? Wir sind die Sieger und Englands wahre Könige, oder wie heißt es so? Bis zum guten... Non lucky. Geh ich mal für nur 20 Ah, Stechgänster Tolles 2 gegen 3 team Oh boy Ich hab's geash Ashes midlane, Leute Oh, dann mach ich jetzt What the fuck Oh, das Ash All in, all in, all in Ich hab' aber keine all in Ich hab' nur Q Ich hab' keinen guten Spell für sowas Ich hab' nur Q ab Oh, hier, mach' den Scheiß da Wollte mal einer den Busch Ja, können wir grad nicht Was ist das hier, es ist ein Aram Aram und Minions Und unter Leute, Leute, Leute Ich hab' nur Q, deswegen ist meine Möglichkeit Oh, der Slow Bitter 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 Jetzt geht der Geldschluss Wenn bitte Ich hab' Dauer gebetet Ich hab' mein Leben gebetet Ich hätte mein Leben für das geopfert, Philipp Naaaah Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen, weil das war eigentlich nur Warfare, weil wir fast Blatt gekriegt haben Der Prince hat nur 4 Farben Nice Das ist Das ist, äh 5 März 3 Ich hab' keine Heel-Pots mehr Ich hab' keine Heel-Pots mehr Ich muss noch aufpassen, Philipp Ich ratierst du? Ne, ihr kneit ist ein toller Spell, aber nicht zurück Ich wurde die Kneipe Ja, ich habe die Kneipe Achso Das ist bedauerlich Was weiß Oh, Box OP Oh, Box OP Oh, Box OP Oh Oh Steh mir vor, ich wär' Apple Shaco gewesen, die hätte abgediimt Wenn sie in eine Boxstraps kann ich so holten Nö Ich hab' auch Volt hier Ich komm' runter Oh, was für eine Bitch ist weggerannt, sodass du nicht mehr Auto tanken kannst Wir sollten uns nur nicht von Dinkel Okay, Ash kommt Ash reagiert nicht Jesus fucking Christ What the fuck ist da los? Der hat neun AP, Leute Das ist auch bitter Als ob der Auto-Technisch weiterhin auf Ash gegangen ist, sondern direkt erstmal auf dem Minion Ich hab' Ash Auto-Tech-Ult gedrückt und dann ist es auf Minion Auto-Tech Ich hab' irgendwie das Gefühl, das könnte alles besser laufen Ja Ja Bin ich voll bei dir Melfight-Fight deine Püppchen Ja, ich konnte nicht mal ulten Geil Ja, das ist scheiße Ist gut, wenn du das falsch eingreifst Wie hat das falsch eingreifst? Oh, die Püppchen Denk' ich mir auch gerade Der Fight war in Ordnung, wir haben nen fetten Shutdown bekommen Glaub' ich Na, ich geh' schon mal drauf Scheiß drauf Ich bin nicht bei euch Mal ist nur einmal im Jahr Sehr schön Mal ist nur einmal im Jahr Sehr, sehr wunderschön Ich spiel' die RPG-Comp Mage, Marksman und Tank Ich spiel' die RPG-Comp Ich spiel' nur noch mit Kieler Und Tequila Und Tequila Und Tequila Aber ja Auch der fehlt Der fehlt Der fehlt Der fehlt Der fehlt zu kommen Der macht so viel Scham Das ist mehr falsch Ich hab' den richtigen Face gecheckt Aber das war Die Combo Die Teamfight-Kombo Von der wir gesprochen haben Nö Boah Der Heal doch Ja, so ein Catch of Ash war eigentlich ganz nice Ich bin halt einfach von dem Typen One-Shop Jesus Christ Ich mein, wenigstens konnte ich da noch Schaden machen Aber das ist ja mal absurd Für Schaden der Brand, ne? Ja Ne, ich glaub' das ist Europa Ich krieg' so'n Bisschen an Wenn du magst Das war eine Weh Geh' da nicht zuhangen, nur Wenn du auf Brand zugeh'n und ich geh' auf Ash oder so Ich weiß nicht, ob's funktioniert, aber wir können's mal probieren Okay Das ist mit dem Malfight-Ulti Er ist es raus Also er sollte raus sein Ja, Brand haut noch aufm Straf, aber der kann grad nicht Malfight ist geflasht und hat grad keine Ult Ich weiß ja nicht, ob's ich töten kann Ich versuch' mal noch Brand zu töten Mit Präsenz Aber Malfight ist nervig Töten Treff lieber Malfight an Wenn lieber campen wird Ich glaub' nur, dass ich mich da eher selbst kill Nee, ich glaub' nicht, das wird den wirklich töten können Nee, was du? Ignorier' den einfach, lauf' einfach um die Rückreise Nice Der hat mich dann rumgebracht, weil sein Champ halt einfach dumm schaden macht Ich mein' ich hab' zwei seiner Speils gedocht Das juckt ihn nicht Mach' jetzt Ash Aber das One for One ist eigentlich fein Weil das ist kein One for One Niemals Die Ash ist viel zu kacke dafür Siehste Jetzt haben die nur noch nen Tank und keinen Schaden dahinter Genauso hab' ich mir das vorgestellt Ich Geh' immer auf Ash einfach, oder? Ich hab' lag, ich kann nichts machen Was ist das jetzt? Ich hab' noch nicht mal hohen Dings gehabt Ich konnte einfach nicht mehr rechtsklick drücken Okay Okay Dauert CC Im Nexus quasi Sorry Philipp Das Spiel ist eigentlich auch over gewesen Wow, ich kann nicht mehr in-game connecten Die Spiel hat mich rausgeworfen Du machst aber schönen Schaden, Philipp Der Towerhauer Natürlich Der war jetzt ein Execute Uff Ich re-connect' ins Game Hm, mach' ich mich Dann bleibt dir jetzt noch Tip-E-Kills machen Mhm, schon Komm Philipp, wir machen jetzt Tip-E-Kill Das ist ein bisschen boll Entschuldigt, ich war ganz weit im Nirvana Okay, ich hab' dir erstmal geolstert Ich darf mich noch nicht mehr einsagen Was? Ach, jetzt wird's Ne Ich hab' sie lange nur abgehalten, müssen wir noch der Double-Gem-Lachen Und dann ist's ge-ge-ge Ich hab' sie lange nur abgehalten, muss ich noch der Double-Gem-Lachen Nice Hahaha Das ist das Ich hab' sie ge-ge-ge-ge Ich hab' sie ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge